Sich auf einmal zu sich Sorry ich war hier noch nie So Merck, selbe mal Ich hab nur bis Viertel nach 10 Zeit, also hört auf hier Faxen zu machen. Möglich? Na, ist gut. Halb elf geht auch noch, aber länger geht nicht. Ist das Spätschicht? Ne, Nachtschicht. Das ist das Problem. Dann kriegst du dich noch rotfreich ein? Du hast mich eingetragen. Ja. Du hast mich rotzfrech eingetragen, hast du mich. Aber das sollte machbar sein. Ich finde KDL auf Makelos zwar einfacher als Lastbüsch, aber... Ne. Der Backs wird auch nicht erst geben. Er steht wieder auf. Headshot. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, wenn ihr jetzt sterbt, boh. Ja, aber ich kann sagen. Ohne zu sterben. Ha, wieder gefallen. Heißt du, dass es schon kommen? Oh. Mach kein Scheiß. Keine Nachricht. Ja. Tom, wir gehen, äh, Zwilling. Sag, die sollen... Die hier. Die hier. Wo ich grad wo Black hat. Das hier. Ja. Ja, da wo, ähm... Durch die Wolke. Durch die Wolke. Durch die Wolke. Also, Schaden ist OP. Was? Ich bin so der Einzler. Ich bin bewolster. So Tom, Zwilling. Da ist eins, vier dahin. Ah, Tom, wir sind nebeneinander. Wir machen Übersicht. Übersicht, jo. Ich hab sechs. Perfekt. Ja, ja, ich such schon. Okay, gut, gut. Ach, da rum. Dann hab ich hier einen. Sechs. Föhn. Wir machen Übersicht. Wir machen Übersicht. 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 Also, Terror... Terror eins, Daffen zwei, Cache drei, Kevin vier, Mia fünf. Black sechs. Darkseider war zwei? Ja, ich weiß nicht. Was denn? Ja. Habt ihr eure Sollen? Also eure Platten? Jo, jo. Stand. Druff. Druff? Ja, Mann. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Ich hoffe, ihr habt alle die Ausbruch frei. Mit Katalizator. Ja, wer hat den nicht? Mir fehlt noch eine Woche. Ich urte gar. Ich hab Angst, dass ich in die Plattform renne. Ich hab nicht mal Aim, Alter. Wenn ein Ritter kommt. Ritter. Ah, er kommt ja schon. Ritter down. Ritter down. Ex. Verbruch er eben jetzt. Ich hab dich in die Gruppe gemacht. Ich hab Ex noch nicht. Ich stell den ersten. Okay, ich mach den zweiten Brun. Hinter uns, da. Ja. Setz. Jetzt alle mit der Ausbruch drauf, Junge. Ja. Türen. Wo ist die Sex? Ja, Mann. Ich hab keine Nape. Zack tot. Ja, ja. Ich mach, ich mach Wendigo. Na. Wo ist die Bridge? Da. Ich schieß okay, Wendigo. Mhm. Da hab ich Angst. Also, dass du halt auch nicht spielen, war? Türen. Hälfte Schaden. Ne. Ich hab immer noch keine Nape. Hälfte Schaden. Ja, dann mach du. Ja, ist egal. Ich bin's alt. Mein 9000, 10.000. Ja, also. Das ist ja guter Damage, so. Wir würden die sogar, glaub ich, legen. Ja. Ich sollte nur sagen, wir würden die. Plattenkill. Plattenkill. Plattenkill, ja. Plattenkill, ja. Plattenkill ist, wenn die bei jetzt kannst du ein paar Mal drauf schießen. Es egal, ne. Das ist ja. Ja, natürlich. Ja. Tom, wir haben unendlich. Wir haben A-Reis. Ja. Ja, Tom, äh, links. Ganz links. Ja. Nimm du oben. Nimm du oben, nimm du oben, Tom. Ja. Nimm du oben, nimm du oben, Tom. Ja. Ja. Weil du heftier bist. Sagt dir so nervös? Ich bin von der Spielpakt so. Ja, Mann. Ich zitter übelst nicht. Spaß aber. Ach, ich spiel ganz normal. Wie immer. Schick mal Pick. Ritter kommt. Mhm. Meiner noch nicht. Gleich. Ritter down. Ah, ich schieß, Vendigo. Ah, ich bin nicht gestorben. Verweck. Ritter down. Ach, Tom, wir kriegen nicht mal Mutten. Wir kriegen ja nicht mal Mutten. Vendigo. Runter weg. Oh, Souveränität. und zueht. Man ist woher alles einst. Erster Hang. Hey, mit erster Schuss nie mit erster Schuss, ja. Ah, Freizeit. Ja, ist so, ich will wiederholen, Notfall, was. nicht so geübt ich höre jetzt auch noch mal eine Scheule war die Aufhörter ey soll ich lieber auf Dämmerklingel wechseln? nein! oh mein Gott ich hab so Angst Digga ja Digga ist so man darf man muss noch mal spielen so ich lass ja alle durch hier könnt ihr erstmal schön springen ey wenn ich verrecke ich heule wirklich ich hab's geschafft Junge sind so ein paar nein anmaulend ist kacke ich wär grad wirklich fast ja du darfst nicht mehr mal Alter ich bin fast runtergefallen ey Juhu Hard ey oh mein Gott bei Shure wird's halt relativ da müssen wir halt gut machen also ich nehm auf jeden Fall Ei rechts Puzzle 1 Klierer 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 so Petrus Level Einsiedler und Tom spiel du ne andere was ich spiel Traktor aber ich hab grad nur Traktor noch spiel dann spiel ich Traktor scheiß auf besser ähm wer stellt Brunnen? weil ich hab Sturmtramm so drin zum Klacks ja so du kann nicht stellen ich ja dann ich mach den zwei hinten dann Tom dann wechseln wir uns ab so also Black nimmt äh Lassi? ja wie bei dem Klien im Puzzle ja ich hab Transe drin ja ich hab Transe drin ja ich hab Transe drin du Nüffel Transe aus X Diary Reihe ok perfekt jetzt noch ein Ei hinterher ein Ei hinterher ein Ei hinterher ein Ei hinterher entzündet blööööö Wollast Du kommst das ja ich hab ja jack ja 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 Puzzle 3 Kevin, Puzzle 3 Kevin und Puzzle 4 Mia. Dann haben wir zwei Clearer, wir können. Perfekt. So. So gerne, Typ. Let's go. Ich zieh gleich meine Ulti zum Clearen. So. Ne. Hier das Weiße. Ey, passt auf Kali auf, dass ihr euch nicht in die Wand schleudert. Warte. Zero. Energy Ultra. Keine Ahnung, Digga. Für die Gang. Hab's Ei. Und drauf. Wo ist der Brunnen? Komm, du hast den Brunnen. Ich hab gerade auch hier eine Granate geschmissen, tut mir leid. Ich wollte schon sagen. Gassi, kannst du klieren. Gassi klieren. Ja, bin dabei. Oga. Ja, Oga machen wir alles gut. Oga ist gut. Alles gut, ich hab noch Ulti. Alles gut, ich hab noch Ulti. Ich hab immer noch Ulti. Jetzt hab ich keine... Ähm, also wir hatten jetzt Brunnen. Wir hatten jetzt Brunnen nur Black und Cash. Okay, naja, ich wollte nur fragen. Ja, ja. Also die beiden, die auch den Prismen machen, kamen drum. Oder Tom, wollen wir heiliges Riffmann, dann setz ich Brunnen gleich in der Mitte. Egal. Okay. Nehmen und drauf. Ach so drauf. Simon. Ja, perfekt, jetzt Brunnen in der Mitte. Einsteht. Rauf. Perfekt. Äh, einsteht. Rauf. Äh, einsteht. Okay, wird gemacht. Sag. Rein mit eins. Okay, drauf. Perfekt. Also ich hole mir mal kurz meinen Brunnen. Äh, fast also, es fehlt nicht mehr viel. Du seid nicht so hektisch. Och, bei mir auch. Ich mach Ulti. Oh, 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 oh. Ja, mein Brunnen. Okay, ich setz, ich setz Brunnen, okay? Arzt. Und draußen. Irgendwann. Ich hab keine Rüchi. Ich kriege. Ich kriege. Eine Bubble noch, dann hab ich auch Ulti. Bamsa, Muni, nice. Zornbrunnen hab ich nicht. Ja, ja, schnaa. Gut, knapp. So. Ab. All zu eiern. Du bist immer beim Falschen. Alles gut. Und drauf. Lassi, du krieg mal bitte die Äste, die jetzt an der Wand kommen. Ich bin vorne in den Eingang. Alles klar. Ah, ich hab, ich brauch noch ein bisschen, Tom. Ah, krank jetzt setzen. Okay. Eins steht. Eins steht. Rauf. Eins steht. Rauf. Der Rück. Abgrund. Tommi ist ins Brunner. Oh, lächerlich, Alter. Braucht ihr nur Ulti? Ne, ne. Okay. Gleich brauchen wir nur Ulti. Du kannst aber gleich. Wieder herlaufen. Und drauf. Gleich am Ende sind, kriegen wir erst mal die Ads, okay? Also nicht sofort. Das muss man nehmen. Simon? Bei rechts kommt Ulti-Ad. Welser, Tom. Ich mach Ulti. Nein. Ja. Folg mir. Ja, ist zu spät. Offen. Ich hab wieder Ulti. Ja, tilt mal bitte bei der rechten Platform, bei der rechten Seite gleich. Mach mal deine Ulti. Da kommen uns viele Ads. Dann können wir schnell das bloß mal machen. Schneller. Also hier, wo jetzt Black steht. Ich komm jetzt als Worte. Schuld. Nein, 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 nein. Ja. Okay. Drauf. Also nehmen. Und drauf. Komm, ich hab kein Brunner. Weg. Schön. Ich hab so Angst bei dem Jump'n'Run beim Warlock, da gab ich richtig Schiss. Was für eine Bewegung hast du denn drinne? Weiß ich nicht, ich glaub, weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung vom Warlock. Also am besten. Ich sag, wir müssen auch immer Schubkleiden oder so, aber damit komm ich null klar. Mach den dritten. Dann mach ich auch dritten. Den dritten vom Warlock. Ich mach immer Ballancekleiden. Da komm ich null klar. Ich bin Schubkleiden, genial. Beim Titan-Junge mit den Schuhen, da kannst du nicht viel drüber springen. Ähm, wie machen wir den Ogre? Mit Prospektor? Oder war auch Rum? Ich spiel Traktor. Ich spiel auf jeden Fall Traktor. Alles klar. Ey, wir machen zwei Brunnen. So, warte Leute, ich sag euch jetzt was. Äh, ich hab kurz Teleporten. Ne, ne, ich hab Ballanceleiden. Ich würde Teleporten nicht empfehlen. ich lege mein headset kurz weg bis ich durch bin ja alter ich habe richtig angst jetzt spiel kannst du kannst du noch mal ich wollte noch mal ich wollte lieber 50 wie du es noch mehr ab? digga ich zittere übelst alter ja moin Leute spielt doch ganz normal das kann man nicht digga man ist so Adrenalin ja so ich warte auf jeden Fall auf mir ich dränge mich hier nie vor oh ich hab sie schafft nice Leute oh wenn man es so sieht haben wir es auf jeden Fall schon mal geschafft das schwerste weil das andere ist eigentlich jetzt nicht so schwer wenn man es so sieht äh wie machen nun? schrotflinte und schrotflinte und schrotflinte und traktor oh red doch nicht alle durcheinander man man ähm ähm ihr könnt doch theoretisch wenn ihr habt Rahmschwamm spielen weil ich denke mal Rahmschwamm ist besser als so wieder da oder wenn die Gäste haben wir bis jetzt haben wir es eigentlich immer mit Buspektor gekriegt ja 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 ich meine nur das war jetzt nur so ne warte ich muss kurz ja ich spielst wer will Brunnen spielen Tom du? ich geh links ich geh links wer ist also ich spieltraktor oder soll ich traktor weg machen? wer ist noch links darksiders das hier die erste kugel vorne in der Mitte auf die nächste ich geh auch links ich geh auch links ähm terror soll sie superfreien machen oder soll ich? ist mir egal wie du möchtest ähm mir ist es egal Alter wir reden noch auf die linke Seite und rechts redet mit wartet einmal ganz kurz ja könnt ihr auch gleich aber da ist die muss ich so sagen ob ich frei machen soll oder her und dann könnt ihr drüben abreden ich habe gefragt terror macht aber wartet kurz geht gleich los dann nehme ich die anderen zwei kugeln danach also dass sie das mit ist die erste kugel die jetzt da ist ja genau dann soll ich dann die ersten zwei nehmen oder wie man das nimmt die nächste kugel die gespawnt und du nimmst dann die nächsten beiden ok das wollte ich wissen also hatte ich die ersten beiden davon und eine das und eine du genau das wollte ich wissen der letzte befreier hat dann ja praktisch zwei kugeln hier nehmen kann einmal die gespawnt die eine übrig bleibt und vorne die schadenskugel genau weil das wie wird zu 99 99 99 99 9 prozent wird er gefangen aber das noch fix eine rauchung alles klar drüben könnte jetzt auch machen ja wer wollte brunstein das geht sie eigentlich aus also schießt er ist ein prospektor und dann mit der karl spannung ich habe jetzt kein prospektor mehr drin ich habe jetzt ecolos delirium und ausbruch und geomagd mit strahl ok naja also wie man ja ja aber wir brauchen noch eine kurze habe ich gehört alles klar ja das geht sich schon aus richtig ist du dass wir nicht so lange gebrochen um die ritter zu dauern zu kriegen und stellen die schaden zwar zu kommen haben wir haben wir in zeiten überhaupt dabei so aus seiner neugier brauchen wir auch nicht naja ist eine ahnung weil wenn der boss liegt und der hat schon die dinger geschossen dann gehen wir zu 70 prozent drauf ja aber die dinger die holen ich aus dem grund raus die holen ich auch wenn alle auf eingehen und das ist mir noch nie passiert ich bin nur gestorben durch diese feile der geschossen hat am ende hat er draufgegangen ist da sind wir drin gestorben obwohl wir in grund standen und alles ja wir sind fast am ende alter weiß wie deprimierend das ist aber wenn das first fall klappt 30 wesen hat er ungelogen leck stehe also das ist es es und es es ich nehme mir die erste links also ich nehme die in der mitte und welche soll ich links noch nehmen oben oder unten alles klar wieder alle da kommen in die mitte dort draußen stehen ja heute mal hätte ich bin gerade so leise so recht auch alle da moment ist 123 drei letzte chance vorbei alle ready 3 2 1 geht los der eine oger slow links down oger da oben ist gleich eine ich hab meine hoch ich hab auch meine erste ich kann nicht heute ganz ruhig müssen spannung rein bringt jetzt wollte ich doch ich habe die gekriegt oben links links babbel ich habe auch eine willi nein ich hatte den bach von kämen lächerlich hatte ich bin rausgeflogen ja wir sind fliegen alle raus weil da was ist das richtig ja genau also genau ja weil ich rechts befreien musste ich war auch da sie konsultieren ist einer gestorben oder was oder war das so ich dachte dass wir spielen ich dachte aber wie ist das jetzt wir haben den checkpoint zählt das sind trotzdem als pergottmänner wieder neu abkali ich dachte dass wir ein spielfehler gewesen dass man mich so aufgeregt ich dachte schon alter scheiße ich dachte dass wenn wir so hier bungee probleme das wäre auch recht übel ja deswegen dachte ich ja dass das ich hatte doch kevin befreit auf der rechten seite und habe dann zwei ab genommen und links kam eine kugel weil ich da sie nicht befreit hatte sondern kevin habe ich nicht mehr daran gedacht und bin in die kugel eingejumpt ich konnte auch nicht ich habe auch schon zwei nein ist ja richtig ja alles gut kann passieren war halt doof dass wir links die kugel hatten und rechts keine kugel war zum befreien das haben wir schon öfters gab mir kann man nicht mit zwei support dann spielen die nur darauf achten dass sie die kugel kriegen und zwei links und zwei rechts einfach nukleieren und kugeln aufnehmen ja wieso der befreier muss ja hinterher ja aber im normalen fall braucht man ja nur einmal befreien bist du damit da muss terror den wunsch wieder eingeben egal hat noch nicht mal eine stunde gedauert als ein bediensteter für die erwarten königin du könntest so viel mehr sein du musst es dir morgen wünschen warte ich muss head-sat laden oh man ey geht das schon wieder los wie steckdose da da und wenn du in au Ähm, Terror? Stand für morgen irgendwas an schon? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Okay, dann setze ich was an. Nehmen wir das zu riskant. Ach so. Ach so. Ey, die Box sind so, äh, sind Boxi. Easy. Babababa. Süßer gefallen. Ist doch so warm bei dir, ja? Kalt, ja. Ach so. Ja, ich kenne das. Ey, Dassi. Ja. Hast du den anderen gelesen? Der eine Maisfeldbetreiber? Hä? Jenseite Maiskolben haben sich alle im Popcorn verwandelt durch die Hitze. Ne. Ja. Hä? 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 Okay. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Was hast du, Kevin? Ja, Alter, ich bin noch eine Wünschtafel. Von der Base. Und der muss ich den Weg auch noch halte Zeug schaffen. Ach, passt du. Das war ja voll gut so. Das war ja voll gut so. Ich bin ein Killeanzeiger. So. Ja, Mann. Freude sich immer. Ja, Mann. So. mimsst toilersenstattung, immer noch selsen. Vertraue. armour Pointaha. Ich bin gleich вокругitulier. Wenn quelqueて finally auf caracter, Was ist mir so letzte Mal? So wieder da. Toll, mein Muni ist leer. Das Fenster bleibt zu. Was ist das? Was ist das? Was ist das? nicht wahr jetzt habe ich angst aber aber nur ein bisschen stört das ist so laut so nicht mehr sterben auf dem mann dort es sind in diesem Leben Autos Neumann ist gut das ist auch gut ja akkus fokus komplett alle encounter leider nicht und nacht und nacht und nachteule fehlt die herzphase und die challenge und die challenge für kalli die fehlt würde mir auch noch fehlen tut mir leid dann würden wir nämlich nur zwei wochen bis zu rivensgeise fehlen ich finde shadow besser ich habe shadow fast nur drei triumph so ich bin da wir können wir machen ja wir sind alle die sind noch alle scheißegal sie zu go 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 k unentschieden nachrichtung ist das heftig wenn man hier zu schreiben könnte und so nur so das ist heftig um hoffentlich ja ich hab sechs alles genau gleich 2 2 Tombo was haben wir war so gekriegt okay ich bin aus meiner Position ich mache ersten Grund und 2 wo und dann ist drauf gerolisten dann muss doch eben der mutter tag in so gef shoot Gestern, Tom. Das war heftig. Wo wir da gerappt haben. Wirklich? Scheiße, scheiße, scheiße. Äh, nein! Wo wir gestern gerappt haben. Hat sich. Witterkommt, ja. Wird plötzlich instant geschnappt. Down, down. Down. Oh, ich hab Grund, mach... Äh, ich mach... Okay, das war jetzt. Ich mach dann zweiten. Türen? Ja, das ist ein guter Damage. Ja, das ist ein guter Damage. Alles safe machen. Weiß ich mein... So, ich mach nicht. Ich mach den nächsten Grund. Tü nicht. Wir sind noch ein 11. Okay. Krankheitsüberträger. Türen. 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 Nö, ich hab keine. Wollen wir uns versuchen oder wollen wir es safe machen? Safe. Das ist nicht, dass wir uns hinradieren. Aber das ist auch soig, der Te decorative man's Leben leben gibt, dann kündigen. Okay. Außer. Aquaier-Te reporting nicht, wir sind nicht wüssten, ich nicht wüsste interrupted. Ja, das ist halt so. Na, zwei gestorben. Ja, das ist kacke und ein Save. So, ich komm gleich wieder. Ach, diesmal war ich nicht schuld. Das ist mal viel wert. Terror, heißt du Stefan oder Stefan? Ten. Wie bitte? Ten. Ja, gut. Boah. Was denn? Tornado? Kevin. Tornado. 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 Stärkniswurst mit Das bringt nicht viel Wie viele Brunnen haben wir denn jetzt? 2 2 Okay, dann mach ich auch Chaos Spannung rein Okay Ja, aber auch Brunnen Ey Tom Tom Dann machen wir das einfach so Das erste Rift war Ich bin leise Ne Tom, dann machen wir das so Das erste Rift setzen wir Kurz bevor wir in die Tür müssen Also ein bisschen vor, weiß ich mein Ein Rift Also erst ein Heides Rift Dann setzen wir einen Brunnen Dann haben wir die zweite Phase einen Brunnen Und dann setzt du nochmal einen Brunnen Und dann haben wir für die dritte Phase auch noch Aber wieso Hallendes Rift? Du brauchst ja Stärkendes Rift Zu mehr Schaden Ja, kann man da auch durchschießen? Das Damage Rift Das Damage Rift bringt nicht wirklich viel Ja, wieso? Der Brunnen ist wie ein Damage Rift Nur dass du Halt und Damage machst Ja, stimmt Okay, hörte der Mann wie ein Stärkendes Mal, es ist ja die ganze Zeit Ja Ist ja Tropfen ausgegangen oder nicht? Der Brunnen war ja immer da, ne? War? Der Brunnen war doch immer da Ich nehm das Zeichen hier zum Das ist glaube ich auch ein schöner End, oder? Achso Oh, wer ruft mich denn jetzt an? Bin gleich wieder da? Jo Oh, wer ruft mich denn jetzt an? Das ist schon sehr genau Ich seh die ? Wann Ich kann mich nicht Und da Das war's für heute. Du bist wieder da? Baby Ja Ich bin da, ja Ich gehe nach rechts Hier rechts Hier auf den oberen Stopp jetzt Natürlich So Alle breit? Jo Okay Dann los Geht schon los Mach Kali gleich Platz da wo du gerade bist Ja mach ich Hup Rechts Klick Was ist über mir? Schwinde du Krüter Krüter kommt Krüter kommt Jetzt hast du ja Das Riff noch Und am Ende stell ich den Brunnen Jetzt schon fast zur Hälfte runter geschossen Und der Brunnen müsste hier treiben bis zur zweiten und du musst dann für die dritte noch einen stellentum Ich hab nade 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 Ja dann guck unten was machst du denn eben nicht was du hast die 5 was hat er denn die 5 oder was 4 welche klasse bist du dann nimm du die 6 und dann nehm ich die 4 du nimmst jetzt die 6 und ich die 4 die 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 Ich schieb Tom rein, den Heslern. Durch die Brunnen, ne? Ich schieb Tom rein, den Heslern. Das müssen wir ihn irgendwie da hoch kriegen. hast du nicht verdient auch zu heulen Ne, nur nen offens Rückweg ne, am wenigsten nur in der ersten Fall, weißt du was ich mein besser als wenn es bei Rhythm oder so wäre alles gut und am besten Herzphase Herzphase, der letzte Läufer, verkackt ihn oder stirbt oder so wieso, ich wäre dafür, dass nur einer durchläuft ich wäre dafür, dass nur einer durchläuft ja, also das meint ihr wir müssen gelät machen die anderen die anderen Firmen wie heißt denn das Ding hier? Weltenlinie Null schleudern ihn da durch meint das geht? ja das geht, das haben die ja gemacht da waren die ungeschnitfert ja, aber das Risiko ist viel zu hoch also das ist anders da bin ich jetzt Träger, weil ich habe keinen Weltenlinie Null was wollt ihr machen mit Weltenlinie? gar nicht nee, 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 das war nur Spaß komm, hab ich dich schön transportiert hoch hab ich dich nicht gekriegt leider, das war zu schwer da hat mein Wohrlaub mich nicht hingekriegt ich wollte schon wieder die Brunnen hochheben, aber wieso ist denn die scheiß Tür nicht auf? welche Tür? ja, hier, Kallis Tür Kallis Tür ist auf Kallis Tür ist auf du bist bei der falschen oh, oh guten Morgen aber stimmt hier nicht, ich glaube hier ist alles verbuggt ey Tom ja, da hat die eigene Hand Tom, ich wette, irgendwer stört bei Riven bei Riven, wenn wir die gelegt haben wenn die Small off macht, schleudert ihr immer einen weg da bin ich safe, 500 mal Sturm ist so ich bin auch safe übel so verreckt ja, Löwen Opa, Digga hier, unendlich doch, sieht das gerade aus durch seit wann geschleudert Löwen einen weg wa? was ist? ich hab' nie gesehen was denn? ich hab' meinen eigenen Gasen das scheint zu öfters zu machen, wa? gehen wir alle in Tom sein Zimmer und dann scheißen sie da rum und Tom ist gut und dann schön davon haben wir ein, ihr beide seid 16 16 das Spiel ist aber erst auf 16 Wawitz, Dari 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 ja dass das schlimm ist wenn du wenn du die beiden zusammenrechnest hast du meinen alter ne, kann nicht sein, ne wenn wir älter doch ich bin 31 ja, siehst du, ich bin allein schon 25 hehehe super da ist, ich habe gesagt, wenn du die beiden zusammenrechnst ach, die beiden ach, die beiden ach, die beiden ja äh, ich nehme immer rechts hier, ich nehme die hier aber ich kann auch noch links alles gut ach, so ach, so ich geh nach oben ich geh nach oben ja, drei stück hehehe ich hätte mich auch erhangen ich hätte ihn ins Heim gesteckt na, wir hätten den Hedmunds warte, warte warte ach so, ok ok ja, also ich bin ready ja, wir können let's go also geh dran, Kevin, du hast jetzt ne andere Tür, ne äh, Chemie Kersti Cash du bist sogar ein Film, ne Tango & Cash kennst du ihn? ist das wie heißt er? Tango & Cash wer ist mit Sylvester keine Ahnung der ist mit Sylvester Stallone und Kurt Russell also wie ist das Stallone, kenn ich auf jeden Fall wer ist das? Sylvester Stallone den kennt ja ich gefühlt jeder down Hala, der ist alt geworden oh ja aber der hat trotzdem Mookies ja, das die Ruide, ne? na, das ist ein Gerücht na, die haben so ein Zugkopf damit der sitzen ok hat er doch schon zugegeben Türen oh fuck eins, zwei, drei, vier der kann bis vier zählen mach keinen Scheiß ich hab keine Nades schon ja, gleich äh, das wie du hast Nahkampf, ne? wie bitte? dein Nahkampf, der fetzt auch alle aus der Fremde, ne? bei Kauppspannung ey, jetzt können wir es auf jeden Fall nicht, jetzt können wir sie nicht, die 3.000, ne? ja, aber den brauchte ich schon, den Nahkampf ja, ja, ich hab, ich hab, alles gut ich wollte ich wollte, ich wollte erstmal gucken nicht dass einer meine Tür deswegen wollte ich erstmal tschön, aber ich hab's eh nicht gut also ey, Kali immer Uhrzeiger sind oder gegen die Uhrzeiger sind ja ja das fällt mir jetzt erst auf das ist mir jetzt erst aufgefallen safe machen, oder? ja ne ne ja, ich wurde geblockt safe machen, oder? ne lost safe lass, lass ein bisschen auf Plattformen Damage machen wenn wir sie kriegen hier sind zu viele Aps in der Mitte doppelkünftig wieder nach unten oh, wer ist denn jetzt gestorben? ö die kann sich jetzt sterben hä? ich hab's nochmal ich hab gesagt ich hab ich hab gesagt nein ohne Platte ohne Platte doch, wenn wenn du alleine in der Mitte bist mit den Aps die machen so ein Damage das ist krank ja, na klar nein, wir spielen safe scheißegal, wie viel Leben die hat ja wenn du zu mir kommst, kriegst du eine K-Ausspannung kommst du dazu, kriegst du eine K-Ausspannung ja oder Pumpe oder irgendwas keine Ahnung aber Hauptsache ist safe, dass wir hier durchkommen scheißegal, wie lange das dauert, wie viele Phasen wir brauchen Hauptsache die liegt nein, wir machen nochmal ja welcher Wunsch ist das? vierzehn dreizehn dreizehn eins dreizehn eine Krippe eine Krippe ach man ey also ein Bier was ist das denn jetzt hier und ihr Tod ist dein Auftrag erstens, ich hab kein Snapchat zweitens, dafür bezieht mich gar nicht wer ist das der jetzt? weißt du, wie weißt du, wie wir damals unsere Dings gemacht haben? unsere Persis gefälscht haben? auf den Zigarettenschachtel waren immer diese Milligramm Angaben in Zahlen nein wenn das gepasst hat hast du die steffen hast du die rausgeschnitten und hast die aufgeklebt auf der Persis ja kannst du einmal kurz in die Gruppe gucken ob das der Wunsch ist bitte weil mein Handy hat gerade gehakt ich hab den reingeschickt eben ähm ja das ist er alles klar äh die 45 45 seid ihr beide auch in der WhatsApp Gruppe? nein ok ne sind wir nicht Mahlzeit Mia ich komm mit so so da wir reden was ist das was ist das ich hab dich ja das ist wunderbar ich hab mich aus ich ich sagt wenn es schafft das wird nicht aufgehen doch nur noch nur noch nur noch auf den Weg machen aufstehen los ich 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 mach Re du du Affenkopf du Affenkopf du Affenkopf du Affenkopf ich mach rechts da stehen bestimmt auch davon darf sie die Bücher im Regal was für Bücher ich warte immer bis die Filme rauskommen wenn die Bücher nicht verfilmt werden dann sind das scheiß Bücher nein nein oh Gott Alter ich hau den Controller gleich in die Mülltonne äh Terror ja könnten wir theoretisch bei euch einen Clan rennen? tatsächlich weil wir haben nur einen Ratsplan also ich hab nichts dagegen naja ist ja nur ne Frage ist ja nicht schlimm wer ist wer ist denn der Clan atmen? von uns nee von von Steffen ich ok oh dankeschön erstmal meinen Clan verlassen ach sie also wir haben einen Zuschauer ein so viel? ja noch ja ja Clan start Clan work du wirst diese Woche keine weiteren Clan mehr erhalten also super ja bis Dienstag die sag ich jetzt unsere Clanbelohnung echt? kann bei dir nicht drin? ah doch Einladung annehmen nice wow die Schuss Tom das passt zu uns perfekt hm 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 mag leben oder tore zweite hat pasjal war der Zuschauer looplagen m und k ich boll meine war oder zumindest von einem dann kann der andere ja ja Minh schores - weg nach wie was Ist da bis weil sagt sie doch einfach an er kann ich auch machen sie bereitet so weit bleibt das ist das ist das ok da kann das 0 1 17 0 1 7 8 9 9 9 0 1 8 0 1 abgehackt tschüss naja mach mal schreib mir nachher kann jemand hinzufügen wie hab ich den jetzt genannt? Blech Blech? Blech, da ist er ein Moment kurz ah ne alles gut, mach ich später mal melden, perfekt so und jetzt kannst du Cash einladen genau, Teilnehmer hinzufügen äh wie hab ich dich eigentlich spreche? Emily war das Moment kurz ja man das war immer irgendwas, ich wissen wie das kam aber irgendwie war das immer jetzt kannst du mich wieder raus machen ich kenne dich natürlich auch keinen ähm Steffen ja? wie heißt wie heißt du denn in der WhatsApp Gruppe ach so da hab ich schon alles gut Moment kurz ja ja da ist ein Kind schreib mal kurz rein wer ihr seid damit die Leute das wissen also soll ich Black oder soll ich jetzt Lukas schreiben? schreib dein PSN Name und deinen richtigen Namen dann ist gut Hallo ich bin's Hallo warte mal ich bin's ich bin's ein Affer Hallo ich bin Gangs Oma ich glaub ich schon hier leider hier 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 Kann man was für den Bruder schlafen? Kommst du denn, Herr Sopter? Ah, bis zu wenigstens. Ey, musst du griffen! Bloß nicht, Alter. Bloß nicht. Mama geht wieder. Peter ist viel geiler. Ich bin mal ganz kurz. Peter? Ja, wir haben einen. Oder Emma. Emma geht auch. Tabletten! Wieso? Bei dem Mann steht KF und bei dem anderen steht Black. Ach so. Ja, wenn ihr öfters zusammenspielt, dann kommt das. Sind denn alle soweit? Nee. Black und Cash sind oben. Darksider ready. Also jetzt konzentration und nicht so viel erzählen. Alles gut. Späßens. Heute Abend können wir den Wunsch auswendig. Ich kann den jetzt schon auswendig. So schwer ist er gar nicht. Nee, nicht wirklich. Habt ihr auch mal schon den... Warte, welcher war das? Mh, 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 mh. Den zwölften Wunsch. Habt ihr den auch schon mal eingegeben? Was bewirbt der? Ähm. Da soll angeblich eine Aura über den Kopf kommen. Weil ich den einmal ausprobiert hab, äh, hat nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ach so, ne, ich hab alle. Zwölfte. Zwölfte. Das war's. Warte, ich kann... Wenn, wenn... Wo war das? Wenn du auf Triumphe gehst. Auf Lore. Oh. Oh. der eine der gerade zufällig gerade bei den triumphen ist bei den loren was ist das von den rechts die dunkelheit das 1 2 3 4 das sechste von oben ja und das sechste von oben das ist ganz rechts da ist er einmal morgen rot und dann kommt dunkelheit das 6 ich will nur wissen was das ist weil bei mir sind dann noch fragezeichen ja und dann ganz rechts rüber und dann das sechste von oben also das dritte von unten sechste von oben je nachdem du meinst bei forsaken print genau 1 2 3 4 5 6 ja rechts oder links und untereinander ach so das ist dings das sind glaube ich die triumpe wenn du destiny 1 gezockt hast habe ich aber nichts das weiß ich dann nicht aber ich glaube das ist das wenn du destiny 1 gezockt hast aber die bringt dir nichts die bringe gar nichts die bringe nicht mal punkte nix okay hast du das nein nein ich bin die zwei spieler hast was verpasst ne ehrlich okay sind jetzt alle da oder nicht du kannst noch kann ich noch 9 na gut dann raucher raucht noch schnell eine soll versauft kiffer kifft da sie was machst du von allem wie bitte was machst du von allen wie inwiefern du raus ja trinkst du ab und zu kriegst du nicht mehr weiter und weiter ok dass sie wie alt warst du 25 bist du dir sicher hier also erlaubt mein geburtsdatum schon ja 18 geschätzt ja mann hat er jedes mal wenn ich mich raus sie muss mein scheiß perso vorzeigen wo finde ich das denn jetzt hier die scheiß spiel übertragung welche spiel übertragung ja von destiny ich habe doch gestartet und normalerweise müsst ihr die bei meinem facebook aufleuchten möchte ich den link bei uns in die whatsapp machen kann mit uns welche zugucken können denn dann fragt einfach pascal der muss ja wissen wo es ist aber wenn du über facebook über links direkt startest das geht glaube ich nicht ob du musst über twitch starten für den link ich habe ich habe auch über youtube auch keine ahnung also warte kurz 22 sekunden ne alles gut warte macht das mal das war alles so So Leute, wollt ihr jetzt weiter auf Instagram gucken, oder wollen wir weiterlaufen? Sind alle da? Ja. Very nice friend. Ja, ich bin Mutter. Mia da? Mia? Okay, dann los. Let's go. Das Biest. Gieriges Biest, was ich nie bekommen hätte. Jetzt lass mal die Schelle. Spaß. Ich glaub, sich eh rein irgendwo näher. Bei mir ist Kali. Bei mir ist Kali. Bei mir ist Kali sold. Beste Waffe ever. Beste Waffe ever. Ritter Down. Da darf man nicht von den Kacken runtergehen, ne? War ich nicht. Ich hab ja vier. Stimmt. Ja, ja, natürlich. Ich hab keine Nate. Ich hab ne Nate. Ich hab nicht. Ist jetzt egal. Ist jetzt. Das ist noch ein viel Neues. Ich hab vielleicht keine Auspuffung oder nicht mehr. Jawoll. Läuft bei dir. Bei mir läuft es auf jeden Fall zurück. Türen. Türen. Nein. Nein. Naja. Naja. Aber. Das hält man. Das hält man. Das hält man. Alter. Ich dachte ihm wär einer. Ich hab keine Nate. Ich hab Indigo. Alles klar. Quase. Äh. Mir unendlich. Links oben und links unten. Ich nehm unten. Ich hab meins, ja. Wo ist denn die andere Achter? Kali, du Schlafer, komm her. Also bei mir wird es ganz eng. Ich hab nur noch 60 Schussmeter Ausbruch. Dann nimm irgendwas anderes. Kali ist fast down ey. Eine Chaos Spannung. Alter, passt bloß. So. Hier brauchen wir uns. Ich sitze jetzt hier in der Mitte schon. Brünscheiße. Naja. Machen wir es. Bittertadam. 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 Ich check halt immer noch die Riven-Phase. Also die, wir haben zwar die Challenge geschafft, aber was muss man da machen? Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Du darfst kein Auge treffen. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Bei was? Bei was? Bei Riven. Die Erroffung. Bittertadam. Bittertadam. Für alle sind Corfu. Das geht auch. Is chillig. Hast du mal Abwechslungen. Das hat ja ja einer alleine gemacht, das ihr sie sehen. Das ging aber auch nur, als das Event war. Da ging das. Hä? Und jetzt würde es wahrscheinlich auch funktionieren, wenn ihr die Pumpe aus im KTL-Rate habt, auf Meisterwerk, und die neuen Jägerarme. Hab' ich! Und die neuen Jägerarme. 經isch. Dann könnt ihr Riven hauen. mit dem Nahkampf Hey Thomas, haben wir doch gemacht Jo nice Nein Wer ist gestoppt? Wer ist gestoppt? Mia Mia ist runtergefallen Jo Es das Generva Ich habe ihn nicht nur Aufschrauben Puh 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 Ich hab nur Tom Reicht doch, wenn du den als Freund hast, brauchst du kein Freund mehr Ist wirklich so Bei Tom hat man alles Über Generationen befand sich in der träumenden Stadt eines von Königin Mara Sobbs bestgehüteten Geheimnissen Bekannt ist sie als Riven Riven die tausendstimme Auf die letzte bekannte Aham-Kammer Sie wurde zu besessen Bayon Das ist ja am Ende der Welt, ey Oh, das sah lächerlich wie man wusste aus Schon bei, schon bei den Ghettos Jedeh Drei 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 Ja Drei